Moin Moin, ich bin Andreas Brunke, bin 33 Jahre alt und ich bin seit sechs Jahren bei der Firma Rot als Lagerleiter tätig. Moin, ich heiße Dominik, ich bin 24 Jahre alt, gelernter Elektriker und arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren bei der Firma Rot. Moin, mein Name ist Richard Wendler, ich bin 33 Jahre alt, seit zwei Jahren bei der Firma Rot angestellt als Vorarbeiter. Wir erschließen hier ein Neubau. Moin, mein Name ist Lars Franke, ich bin 30 Jahre alt, bin jetzt ca. drei Jahre bei der Firma Rot, habe eine Ausbildung zum Bautechner gemacht und bin hier als Werkpolier angestellt. Geheizung, mich zuridade des Zаковinnen. Im ersten Tag gibt es einen Neubau und im ersten Tag Heizung. Im ersten Tag habe ich mich auf auf der Volkswagen сделать. collateral hat bei der Firma Rot. In der Firma Rot bei der Firma Pan rook und Herrimann, ここ drinnen Bonus die Träger und bei derlesia mit der Firma Rot und der Firma 3. Wir ergeben von der Firma Rundsauß. Dann sehen Sie gesagt, sie hätten, wir arbeiten und die Beobachtung. Und das war zuerstellen, wir arbeiten und die Möglichkeit von der Firma in den Lager. Untertitelung des ZDF, 2020